Zu allererst, Schalkes Auswärtsbilanz ist sehr gut. Nicht nur in der Bundesliga, auch in anderen Wettbewerben haben sie auswärts sehr gute Ergebnisse geholt. Das heißt, sie fühlen sich auf fremdem Platz wohler als zu Hause. Ich muss mein Team auf beide Situationen vorbereiten. Darauf, dass sie hier hinkommen, um das Spiel klar gewinnen zu wollen, oder ob sie hier hinkommen, sehr defensiv spielen und einen Punkt mitnehmen wollen, um sich zu qualifizieren. Wir müssen uns auf beides vorbereiten. Sicher ist, dass sie ein sehr schwieriger Gegner sind und dass das 3 zu 0 aus dem Hinspiel jetzt nichts mehr wert ist. Wir haben eine gute Ausgangssituation in der Gruppe und die wollen wir behalten. Wir wollen so weitermachen und wenn wir das Spiel morgen gewinnen sollten, dann versetzt uns das in eine hervorragende Position. Wir wissen, dass es schwierig wird. Das letzte Champions-League-Spiel an der Stamford Bridge verlief enttäuschend für uns und wir wollen dieses Gefühl morgen nicht noch einmal haben. Same feeling again tomorrow night.